Buddha, ca. 560 bis ca. 480 v. Chr. Sein Leben in Kürze Die Erde bebt. Löwen und Tiger, Schlangen und Skorpione werden zahm. Kranke sind auf einmal von ihren Leiden befreit. Die Menschen verhalten sich ausgesprochen liebenswürdig zueinander. Solche Wunder kündigen ein bedeutsames Ereignis an. Die Geburt von Siddhartha Gautama, dem spirituellen Lehrer, der als Buddha bekannt ist. Der Legende zufolge wurde Siddharthas Mutter Mahamaya vorhergesagt, dass sie einen Mahapurusa, einen großen Mann, zur Welt bringen wurde. In einem Traum brachten sie himmlische Geister zu einer Hochebene im Himalaya, wo ein prächtiger weißer Elefant seinen Stoßzahn seitlich in ihren Körper rammte und so in ihre Gebärmutter eindrang. Brahmanen deuteten diesen Traum für Mahamaya und bereiteten sie so auf die Ankunft eines Helden vor. Das Kind wurde nicht in der Stadt Kapilavastu geboren, wo Mahamaya mit ihrem Mann Suduhodana, dem Herrscher der Sakya, lebte, sondern in einem Hain in einem Park im nahegelegenen Lumbini. Mahamaya wählte den stattlichsten Baum aus, griff nach einem Ast, um sich festzuhalten, und gebar ihr Kind ohne Schmerzen im Stehen. Es heißt, das Neugeborene sei auf seine Füße gesprungen, habe sieben Schritte getan, prüfend in alle vier Richtungen geblickt und gerufen, Ich bin für die Erleuchtung geboren, zum Wohle der Welt. Damit war Mahamayas heilige Aufgabe erfüllt. Und sie starb noch in der gleichen Woche. Die Betreuung des Kindes übernahm ihre Schwester Mahapachapati, Sudodonas zweite Frau. Die Nachricht von der Geburt verbreitete sich rasch. Der Seher Asita eilte zu dem Kind und sah, dass es die 32 glückverheißenden Zeichen eines Mahapurusha trug. Dazu gehörten auch die Abdrücke eines Rades auf jeder Fußsohle. Dieser ist unübertroffen, sagte Asita. Mit Tränen in den Augen prophezeite er, dieser Prinz wird das höchste Selbsterwachen erreichen. Er wird das Rat des Dharma aus Mitgefühl für alle in Bewegung setzen. Sudodona und Mahamaya nannten ihren Sohn Siddhartha, der sein Ziel erreicht. Brahmanische Priester sagten voraus, dass der Junge entweder ein weltverändernder Monarch, ein Chakravatin oder ein Buddha, ein erleuchteter werden würde. Ein Priester sagte, Siddhartha werde seine weltliche Existenz für ein heiliges Leben aufgeben, wenn er die folgenden vier Dinge gesehen habe. Einen kranken, einen alten, einen toten Menschen und einen Mönch. Die vier Zeichen Sudodona war entschlossen, seinen Sohn zu einem weltbeherrschenden Monarchen zu machen. Er füllte Siddharthas Leben mit allen erdenklichen Vergnügungen und schirmte ihn von jeglichem Elend ab. »Ich führte ein überaus vornehmes Leben«, sagte Buddha später über seine Jugend. »Ein weißer Schirm wurde Tag und Nacht über mich gehalten, um mich vor Kälte, Hitze, Staub, Schmutz und sogar Tau zu schützen.« Nicht weniger als drei Paläste standen Siddhartha zur Verfügung, einer für den Winter, einer für den Sommer und einer für die Regenzeit. Groß, dunkelhaarig, attraktiv und wohlhabend, wie der junge Mann war, sah das Leben für ihn sehr vielversprechend aus. Doch als es an der Zeit war zu heiraten, machten die Eltern potenzieller Bräute sich Sorgen. Wie konnte jemand, der so verhätschelt worden war, jemals ein Königreich regieren? Daher führte Sotodona seinen Sohn in die Kampfkunst ein. Einer Legende zufolge gab man Siddhartha einen riesigen Bogen, den er mit der Sehne bespannen sollte. Es bedurfte normalerweise, mehrere Männer um diese Aufgabe zu bewältigen. Doch Siddhartha gelang es nicht nur, den Bogen mühelos zu bespannen, er schoss auch besser als alle anderen Bogenschützen. Nun waren die Adligen aus der Umgebung überzeugt von seinen Fähigkeiten und stellten ihm ihre Töchter im Palast vor. Eine Bewerberin nach der anderen stellte sich vor, und Siddhartha wählte für jede ein Schmuckstück aus einer Schatulle aus. Als schließlich die letzte junge Frau vor ihm stand, war die Schmuckstückstück leer. Die versammelte Menge hielt den Atem an. Was würde Siddhartha tun? Er zögerte keine Sekunde, er nahm seine eigene Smaragdkette ab und legte sie der jungen Frau um den Hals. Es war die wunderschöne Yasodhara, die seine Frau wurde und ihm einen Sohn, Rahula, gebar. Siddharthas Leben war nun vollkommen, doch er wurde trotzdem unruhig und sehnte sich danach, die Welt zu erleben. Eines Tages bat er seinen Wagenlenker Chandra, ihn aus dem Palast zu bringen. Die Götter entschieden, dass es an der Zeit war, das Schicksal des zukünftigen Buddha in Gang zu bringen. Als er nach Kapilavastu kam, erblickte Siddhartha einen grauhaarigen Mann. »Was ist das?«, fragte er Chandra. »Das Alter«, erwiderte dieser. »Es ist der Mörder der Schönheit, der Ruin der Kraft, der Geburtsort des Kummers, das Grab der Freuden. Lass uns schnell nach Hause zurückkehren«, sagte Siddhartha, »doch die Saat war ausgebracht. »Wie kann ich mich an meinem Garten erfreuen, wenn die Furcht vor dem Alter in meinem Geist vorherrscht?«, klagte er. Bei einem anderen Ausflug erblickte Siddhartha einen kranken Mann. Bei einem weiteren sah er einen Leichnam. Mit jedem dieser Erlebnisse wurde Siddhartha mutloser. »In Mühsal, wahrlich, ist diese Welt geraten. Die Menschen werden geboren und altern, sie sterben und werden wiedergeboren. Aber sie finden doch keinen Ausweg aus diesem Leiden.« Bei seiner vierten Begegnung sah er einen Wandermönch. Siddhartha war beeindruckt von dessen Ruhe. »Wer ist das?«, fragte er Chandra. »Ein Mann, der in größter Einfachheit und zurückgezogen von der Welt lebt«, erwiderte dieser. »War das die Antwort? Ein heiliges Leben inmitten alltäglicher Ablenkungen zu führen, ist nicht einfach«, räumte Buddha später ein. Da kam mir dieser Gedanke. »Angenommen, ich würde mir Haare und Bart abrasieren, die gelbe Robe anziehen und von zu Hause fortgehen, in die Heimatlosigkeit.« Zu diesem Zeitpunkt war er 29 Jahre alt. Der Auszug Ein paar Nächte später, nach einem Abend voller unterhaltsamer Darbietungen, wachte Siddhartha auf und sah, »dass einige Tänzerinnen kreuz und quer im Raum lagen und mit offenen Mündern schliefen.« Der Anblick erfüllte ihn mit Abscheu. »Wussten diese Frauen denn nicht, dass Jugend und Schönheit vergänglich waren?« »Es musste doch mehr im Leben geben als vergängliche Freuden.« »Es war an der Zeit, als heimatloser Suchender auszuziehen.« Während Chandra sein Pferd sattelte, ging Siddhartha in den Raum, in dem seine Frau und sein kleiner Sohn schliefen. Er wollte Rahula gerade einen Abschiedskuss geben, doch da wurde ihm bewusst, dass er damit vielleicht Yasadora wecken würde. Daher schlich er sich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer. Er befürchtete, wankelmütig zu werden, wenn sie aufwachte. Sobald er ein Buddha geworden war, würde er zurückkommen, um seinen Sohn zu sehen. Als Siddhartha den Palast gerade verlassen wollte, hatte er seine erste Begegnung mit Mara, dem Bösen, der ihn in entscheidenden Momenten seines Lebens immer wieder aufsuchte, um ihn auf die Probe zu stellen. Es war die Stimme der Versuchung, Siddharthas nach wie vor irregeführter Geist, die ihn dazu drängte, auf dem gewohnten Pfad zu bleiben, anstatt sich auf den steinigen Weg zur Erleuchtung zu begeben. Wenn Siddhartha seine alberne Idee, enthaltsam zu leben, einfach wieder aufgab und zum Palast zurückkehrte, würde er in sieben Tagen ein großer Monarch sein, versprach Mara ihm. Siddhartha schüttelte diese Versuchung von sich ab. »Du begehst einen großen Fehler,« zeterte Mara. »Ab jetzt werde ich dir wie ein Schatten folgen. Du wirst niemals frei von mir sein.« Als Siddhartha und Chandra den Rand des Waldes erreicht hatten, gab Siddhartha dem Wagenlenker die Zügel seines Pferdes in die Hand und schickte ihn zum Palast zurück. Chandra bat seinen Herrn inständig darum, ihn begleiten zu dürfen, aber ohne Erfolg. Später wurde Chandra einer der Anhänger des Buddha. »Aber Siddharthas Pferd,« so heißt es, »sei noch in derselben Nacht vor Kummer gestorben.« Siddhartha schnitt sich Haare und Bart ab und tauschte seine feinen Gewänder gegen die einfache Robe eines Mannes, dem er unterwegs begegnete. Jetzt war er offiziell ein Wandermönch. Eines Tages, als er mit seiner Bettelschale in die Stadt Raja Gaha kam, erblickte der dortige Herrscher König Bimbisara den jungen Mönch. »Du siehst wie ein edler Krieger aus, der in der Lage ist, eine Armee zu befehligen,« sagte Bimbisara zu Siddhartha. »Ich gebe dir ein Vermögen, wenn du mein Heer anführst.« »Ich bin nicht ausgezogen, um nach den Annehmlichkeiten der Welt zu suchen,« antwortete Siddhartha. »Ich sehe, wie gefährlich das ist und suche Schutz in einem Leben voller Entsagung. Das ist mein Herzenswunsch.« Enttäuscht, aber beeindruckt von der Entschlossenheit des jungen Mannes, sagte Bimbisara, »Wenn du gefunden hast, wonach du suchst, kehre zurück und lehre es mich.« Auf der Suche nach dem höchsten Zustand erhabenen Friedens sah Siddhartha sich nach einem Lehrer um. Von dem Meister Alara Kalama erlernte er fortgeschrittene yogische Techniken, um den Geist zu transzendieren und einen Zustand des Nichts zu erreichen. Unter der Anleitung eines anderen Meisters, Udhaka Ramaputta, erreichte er eine noch höhere geistige Ebene. Aber keiner der beiden Lehrer kannte den Weg, um Furcht und Verlangen auszulöschen und vom Leiden befreit zu werden. Siddhartha erkannte, dass er diesen Weg selbst finden musste. Gemeinsam mit fünf Asketen verbrachte er die nächsten sechs Jahre, damit strenge Praktiken der Entsagung zu üben, um Körper und Geist zu beherrschen. Er fastete, bis er so abgemagert war, dass er seine Wirbelsäule spürte, wenn er seinen Bauch berührte. Die extreme Selbstkasteiung mehrte zwar seine Siddhis, seine Hellsichtigkeit und andere übernatürliche Fähigkeiten, aber sie brachte ihn dem Nirvana nicht näher. Später sagte Buddha über diese Phase, er habe seine Zeit mit dem Versuch verschwendet, aus Luft Knoten zu machen. Eines Tages brach Siddhartha schließlich vor Hunger und Erschöpfung zusammen, und Mara tauchte wieder auf. »Du Armer, dem Tod so nah«, säuselte er, »warum gehst du nicht nach Hause und lebst stattdessen als mitfühlender Weltherrscher?« Abermals widerstand Siddhartha der Versuchung. Aber er musste sich auch eingestehen, dass sein bisheriger Weg nicht funktionierte. Es musste sich etwas ändern. Seine Gedanken schweiften zurück zu einem Nachmittag in seiner Kindheit, in dem seine Kindermädchen ihn während eines Pflügfestes im Schatten eines Rosenapfelbaums abgestellt hatten. Als sie zurückkamen, saß Siddhartha meditierend im Schneidersitz da. Er konnte sich noch immer an das tiefe Glücksgefühl erinnern, das an diesem Tag plötzlich in ihm aufgestiegen war. Konnte dies anstatt der quälenden Praxis der Askese der Schlüssel zum Erwachen sein? Eins war ihm jedenfalls klar. Mit leerem Magen konnte er diese Glückseligkeit nicht erreichen. Also entschloss er sich, das Fasten zu beenden. Der Legende zufolge kam genau in diesem Moment ein junges Mädchen vorbei und bot ihm eine Schale Reisbrei an. Das große Erwachen Als Siddhartha seine Stärke wiedererlangt hatte, machte er sich erneut auf die Suche nach der Erleuchtung. Die fünf Asketen hatten sich von ihm getrennt, da sie dachten, er habe sein Streben aufgegeben und sei zum Luxus zurückgekehrt. Aber das störte ihn nicht, schließlich hatte er wichtigere Dinge zu tun. Am Ufer des Neranjara, dort wo sich heute die Stadt Bodgaya befindet, suchte Siddhartha sich eine Pappelfeige aus, die später als Bodhi-Baum bzw. Buddha-Baum bezeichnet wurde und setzte sich darunter. Er gelobte, sich nicht zu bewegen, bis er das Nirvana erreicht hatte. Der buddhistischen Mythologie zufolge fand sein großes Erwachen im Laufe einer ereignisreichen Nacht statt. Aber zunächst musste Siddhartha mit seinem alten Feind Mara fertig werden. Abermals versuchte der Böse, ihn von seinem Ziel abzubringen. Mara entfachte einen Sturm und nahm Siddhartha mit Speeren und Pfeilen unter Beschuss. Aber dieser bewegte sich nicht. Wütend hetzte Mara sein Dämonenheer auf ihn, aber auch dieses wurde abgewehrt. »Sinneslust, Unzufriedenheit, Faulheit, Angst, Unentschlossenheit, die Kritik an anderen, das sind deine Heere«, sagte Siddhartha. »Ein fauler, feiger Mensch kann sie nicht besiegen, aber ich werde sie durch Weisheit zerstören.« Mara zog seinen letzten Trumpf. »Steh auf, Siddhartha«, dröhnte er. »Dieser Platz gehört mir.« »Nein, Mara«, entgegnete Siddhartha. Dies war der Platz, an dem alle zukünftigen Buddhas saßen, um die Erleuchtung zu erreichen. Er gehört dem, dessen Ziel es ist, die gesamte Schöpfung von den Fallstricken der Täuschung zu befreien. »Es steht dir nicht zu«, fuhr Siddhartha fort, »jemanden zu töten, der sich dafür einsetzt, die Menschheit von ihren Fesseln zu befreien.« »Aber wer wird deine Bemühungen bezeugen?«, fragte Mara hämisch. Siddhartha berührte mit seiner Hand den Boden. Da erbebte die Erde zur Unterstützung mit einem lauten Grollen. Nun gab Mara sich geschlagen und zog sich zurück. Nachdem er seine inneren Dämonen bezwungen hatte, begab sich Siddhartha in eine tiefe Meditation und durchlief die viertschen Nanas, die Stufen der Versenkung, bis sein Geist ruhig und klar war. Dann zogen nacheinander seine bisherigen Leben vor seinen Augen vorbei. Als er sie kommen und gehen sah, erkannte er, dass die Wahrheit der Vergänglichkeit ein wesentliches Element der Existenz ist. Alles, was entsteht, vergeht auch wieder. Siddharthas zweite Erkenntnis betraf die Wahrheit des Karma des Gesetzes des Handelns. Er betrachtete die 31 Existenzebenen und sah, dass alle Wesen entsprechend ihrer früheren Handlungen wiedergeboren werden. Schlechtes Verhalten führt zu einer unglücklichen Wiedergeburt, gutes Verhalten dagegen zu einer glücklichen. In den letzten Stunden der Nacht hatte Siddhartha seine tiefste Erkenntnis. Sie beinhaltete grundlegende Gesetze der Existenz, die er später als die vier edlen Wahrheiten bezeichnete. Er begriff die Wahrheit von Dukka, dem grundlegenden Leiden, beziehungsweise der Unzufriedenheit mit dem Leben. Die Geburt ist Leiden, das Altern ist Leiden, Kummer und Klagen, Schmerzen, Trauer und Verzweiflung sind Leiden. Er sah auch die Ursache von Dukka, die Unwissenheit über die wahre Natur der Realität, sowie das unstillbare Verlangen. Und er erkannte auch das Gegenmittel, die Freiheit von Verlangen und der Anhaftung am Selbst. Schließlich erkannte er auch den Weg zum Erwachen. Es ist der edle, achtfache Pfad, mit dem man Sittlichkeit, Meditation und Weisheit fördert. Als der Morgenstern aufging, erreichte Siddhartha das Nirwana, die nicht alternde, nicht kranke, todlose, kummerfreie, höchste Sicherheit vor dem Joch. Der Bodhisattva, der nach Erleuchtung strebende, hörte auf zu existieren. An seiner Stelle saß der Buddha, der erwachte. Fortan konnte man ihn als Tathagata, den so dahingelangten. Er war nicht länger im Samsara, dem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, gefangen. Dieses Leben würde sein letztes sein. Nach der Erleuchtung Es heißt, Buddha habe die nächsten 49 Tage meditierend beim Bodhi-Baum gesessen und weiter über die tiefen Wahrheiten nachgedacht, um die er so lange gerungen hatte. Er fragte sich, ob er sie an andere weitergeben sollte. Nein, befand er, denn warum sollte er sich die Mühe machen? Es wäre nur eine Verschwendung von Worten. Denn dieser Dharma, dieses Wissen, war zu subtil, zu komplex für die meisten Menschen. An diesem Punkt schaltete sich der Gott Brahma Sahampati ein. Die menschliche Rasse ertrinkt im Leid, sagte er, und bat Buddha darum, seine Entscheidung zu überdenken. Als er erkannte, dass das Erwachen nicht nur seinem eigenen Wohl dienen sollte, lenkte der Buddha ein. Aber wen sollte er zuerst unterweisen? Seine ehemaligen Lehrer waren gestorben. Dann erinnerte er sich an die fünf Asketen, die im Hirschwald in Sarnath, in der Nähe von Benares, dem heutigen Varanasi, lebten. Er zog los, um sie zu finden. Unterwegs traf er seinen alten Bekannten aus dem Wald. »Du siehst ja großartig aus!« »So gelassen«, sagte der Mönch, »wer ist dein Lehrer?« Der Buddha schilderte ihm sein großartiges Erwachen, doch das überzeugte den Mönch nicht. »Wie dem auch sei«, murmelte er und eilte kopfschüttelnd von dannen. Zunächst sah es so aus, als würde der Empfang des Buddha im Hirschwald nicht besser ausfallen. Die fünf Asketen waren zwar höflich, aber sie hatten nicht vergessen, dass er weich geworden war. Doch auch sie wurden von der Gelassenheit des Buddha angezogen. Sie hörten aufmerksam zu, als er ihnen die vier edlen Wahrheiten und den mittleren Weg erläuterte. Den gemäßigten Pfad zwischen Genusssucht und Selbstkasteiung. Danach waren die Asketen so inspiriert, dass alle kurz darauf die Erleuchtung erreichten. Sie wurden die ersten Pikkus, Mönche des Buddha. Die Verbreitung des Dharma Die Predigt des Buddha im Hirschwald bezeichnete man später als das erste Ingangsetzen des Rades des Dharma. Es war der Anfang seiner 45-jährigen Lehrtätigkeit. Bis zu seinem Tod im Alter von 80 Jahren zog Buddha fortan kreuz und quer durch die Ebene des Ganges, um den Dharma-Mönchen, Nonnen und Laienanhängern jeder gesellschaftlichen Schicht zu vermitteln. Die etwa 10.000 heute noch existierenden Sutras, die Texte, die sich auf die Lehren Buddhas beziehen, spiegeln lediglich einen Teil seiner Unterweisungen wider. Als 60 Mönche die Erleuchtung erreicht hatten, sandte Buddha sie aus, um seine Lehre zu verbreiten. »Geht nun und zieht zum Wohle und Glück vieler umher aus Mitgefühl gegenüber der Welt«, sagte er zu ihnen. »Lehrt den Dharma, der gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Schluss ist.« Der Sangha, die Gemeinschaft der Schüler, wuchs rasant schnell. Die meiste Zeit im Jahr zogen die Mönche umher, aber während der Regenzeit hielten sie sich in Parks auf, die von wohlhabenden Anhängern gestiftet worden waren. Einer dieser Parks, der Bambushain war ein Geschenk des Königs Bimbisara, denn Buddha hatte sein Versprechen eingelöst und war zurückgekehrt, um dem König seine Lehre zu vermitteln. Der großzügigste Wohltäter des Sangha war ein Kaufmann namens Anatapindika, der Ernährer der Armen. Er war so entschlossen, einen ruhigen Rückzugsort für den Buddha zu finden, dass er einmal einen ganzen Park mit Goldstücken auslegte, um den Besitzer, Prinz Jeta, dazu zu bringen, ihn zu verkaufen. Nach und nach trat auch die Familie des Buddha dem Sangha bei. Seine Stiefmutter setzte sich sogar für die Gründung eines Ordens buddhistischer Nonnen ein. Buddha lehnte die Idee zunächst ab, doch dann überzeugte ihn sein zutiefst mitfühlender Begleiter und Cousin Ananda, dass es richtig war, den Orden zu gründen. Der Buddha machte in seinen Lehren zwar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, doch bei Mönchen und Nonnen war es anders. Noch heute haben buddhistische Nonnen strengere Regeln und einen niedrigeren Status als Mönche. Als Buddha sieben Jahre nach seiner Erleuchtung nach Kapilavastu heimkehrte, sagte seine Frau zu Rahula, bitte deinen Vater um dein Erbe. Der Junge erwartete Reichtümer. Doch Buddha bot ihm etwas Wertvolleres an, den Dharma. So wurde Rahula ein Mönchsnovize. Nicht viele Väter geben als väterlichen Rat den Dharma weiter, aber im Laufe der Jahre erhielt Rahula auf diese Weise seinen gebührenden Anteil. Einmal sagte Buddha zu Rahula, dass er niemals lügen solle, auch nicht aus Spaß. Er empfahl dem Jungen seine Gedanken, Worte und Taten zu prüfen, so, als würde er sich im Spiegel betrachten. Er sollte stets darauf achten, weder sich selbst noch anderen zu schaden. Ein anderes Mal sammelte Rahula, der mittlerweile 18 Jahre alt war, gemeinsam mit Buddha Almosen. Dabei begann er tagträumerisch darüber nachzudenken, wie sein Leben wohl ausgesehen hätte, wenn sein Vater ein mächtiger Monarch und kein Mönch geworden wäre. Buddha unterbrach seine Gedanken mit der Ermahnung, jegliche materielle Form, jeden Gedanken und jedes Gefühl, ob vergangen oder gegenwärtig, sollte man folgendermaßen sehen. Das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Was auch immer im Leben geschehen mochte, ob Gutes oder Schlechtes, Rahula sollte es sich nicht zu Herzen nehmen oder darauf reagieren. Außerdem gab der Buddha ihm die folgenden Anweisungen. Praktiziere liebende Güte, um jegliche Böswilligkeit zu überwinden. Praktiziere Mitgefühl, um jegliche Grausamkeit zu überwinden. Praktiziere Mitfreude, um jegliche Teilnahmslosigkeit zu überwinden. Praktiziere Gleichmut, um jeglichen Unmut zu überwinden. Praktiziere die Kontemplation über die Ekelhaftigkeit des Körpers, um jegliches Verlangen zu überwinden. Praktiziere die Kontemplation über die Vergänglichkeit, um den Ich-Dünkel zu überwinden. Praktiziere die Achtsamkeit auf den Atem. Denn wenn sie geübt wird und sich entfaltet, bringt es viele Früchte und Segnungen mit sich. Da der Buddha großen Wert auf die Meditation als Mittel zum Erwachen legte, könnte man annehmen, dass er fast seine gesamte Zeit zurückgezogen in Kontemplation verbrachte. Doch das war nicht der Fall. Abgesehen von der Regenzeit, in der er sich in die Abgeschiedenheit zurückzog, war Buddha ständig unterwegs. Sein voller Zeitplan ähnelte dem des gegenwärtigen Dalai Lama. Ständig kamen Menschen zu ihm, die Rat oder eine Ausrichtung für ihr Leben suchten oder einfach in seiner Nähe sein wollten. Morgens zog der Buddha allein oder mit seinen Mönchen los, um Almosen zu sammeln. Wurde er zum Essen in ein Haus eingeladen, gab er im Gegenzug etwas von seinem Wissen an die Bewohner weiter. Im weiteren Verlauf des Tages unterwies er in der Regel die Mönche und hielt öffentliche Versammlungen ab. Zwischendurch machte er manchmal eine kleine Pause, um zu baden und zu meditieren, bevor es an der Zeit für persönliche Gespräche war. Doch selbst wenn er sich am Ende eines Tages zurückzog, gab er sich nicht dem Müßiggang hin. Es heißt, er habe nur eine Stunde pro Nacht geschlafen. Während der Meditation ließ er sein weißes Auge über die Erde und den Himmel wandern, um all diejenigen zu finden, die Hilfe benötigten. Das grenzenlose Mitgefühl des Buddha war legendär. Nie verurteilte er andere oder würdigte ihre Überzeugungen herab. Daher wurden sogar Menschen zu seinen Anhängern, von denen man es keineswegs vermutet hätte. Es gab beispielsweise einen gefürchteten Mörder namens Angulimala. Der Reisenden auflauerte, sie tötete und ihnen einen Fingerabschnitt, um ihn zusammen mit denen seiner bisherigen Opfer an einer Schnur um den Hals zu tragen. Eines Tages erblickte Angulimala den Buddha, der auf einer Straße entlang ging. Er dachte sich, »Sieh mal einer an, ein Mönch, alleine unterwegs, ich werde ihn töten.« Er schlich sich von hinten an Buddha heran und rief, »Bleib stehen, Mönch!« Buddha drehte sich um und antwortete, »Ich bin längst stehen geblieben, Angulimala.« »Ich habe ein für allemal damit aufgehört, Gewalt gegenüber anderen Wesen auszuüben. Auch du kannst jederzeit stehen bleiben und deinem Tun Einhalt gebieten.« Da warf sich Angulimala Buddha zu Füßen und bat ihn darum, ihn als Mönch zu ordinieren. Obwohl er ein guter Mönch wurde, konnten viele Menschen Angulimalas Vergangenheit nicht vergessen und weigerten sich, ihm etwas zu essen zu geben, wenn er um Almosen bat. »Das musst du nun mal ertragen«, sagte Buddha mit sanfter Stimme zu ihm. »Das ist das karmische Resultat deiner bisherigen Taten.« Das endgültige Nirvana Als er auf die achtzig zuging, begann Buddha, seine Angelegenheiten zu ordnen und bereitete den Sangha auf die Zeit nach seinem Tod vor. Er hatte schwierige Zeiten durchgemacht. Dazu gehörten auch die Meinungsverschiedenheiten im Sangha und sogar Angriffe auf sein Leben durch einen ehrgeizigen Cousin. Seine wichtigsten Schüler, Sariputta und Mogallana sowie andere Anhänger, die ihm sehr nahe standen, waren gestorben. Der treue Anander sorgte dafür, dass sein Leben harmonisch verlief und in seinem großartigen Gedächtnis speicherte er jedes Wort Buddhas. Dies war nach dessen Tod von unschätzbarem Wert, als man begann, seine Lehren und die Ordensregeln festzuhalten. Doch angesichts der Vorstellung, seinen geliebten Lehrer zu verlieren, war Anander so betrübt, dass ihm mehrere deutliche Hinweise entgingen, wonach Buddha, falls er darum gebeten worden wäre, die Zeiten hätte überdauern und bis zum Ende jener historischen Ära hätte verweilen können. Doch als Anander ihn schließlich darum anflehte, war es zu spät. In einem ungeschützten Moment bekam Buddha ein letztes Mal Besuch von Mara. Du bist müde. Warum lässt du nicht alles liegen und stehen und begibst dich in dein endgültiges Nirvana, fragte der Böse ihn mit säuselnder Stimme. Nicht bevor im Orden alles geregelt ist, antwortete Buddha. Zusammen miteinander besuchte er noch einmal seine Anhänger. Die beiden Männer zogen langsam von Stadt zu Stadt. Eines Tages aß Buddha eine verdorbene Mahlzeit und erkannte, dass das Ende gekommen war. In einem Hain in Kusinara, dem heutigen Kushinaga, legte er sich in seiner charakteristischen Löwenposition auf seine rechte Seite und ging im Beisein seiner Mönche ins Pari Nirvana ein. Es war seine endgültige Erlösung. Die letzten Worte des Buddha an seinen Sangha enthielten eine klare Aufforderung. Schwinden muss jede Erscheinung. Unermüdlich mögt er nach Erleuchtung streben. Buddha hatte genaue Anweisungen für seine Verbrennung hinterlassen und verfügt, dass seine Asche als Relikt an verschiedenen Orten aufbewahrt werden sollte. Heute sind diese Orte Pilgerstätten ebenso wie sein Geburtsort und die Orte seiner Erleuchtung, seiner ersten Predigt und seines Todes. Das Vermächtnis des Buddha Von Anfang an drängte Buddha seine Anhänger dazu, sich nicht von ihm abhängig zu machen, sondern sich stattdessen auf den Dharma zu verlassen. Seid euch selbst eine Insel, seid euch selbst eine Zuflucht. Sucht nicht nach einer Zuflucht außerhalb von euch, denn der Dharma ist eure Insel. Es gab ohnehin keine Trennung zwischen den beiden, denn Buddha hatte auch Folgendes gesagt, wer mich sieht, der sieht den Dharma und wer den Dharma sieht, der sieht mich. Dennoch sollten die Menschen ihm zufolge weder ihn selbst noch irgendeinen anderen Lehrer beim Wort nehmen. Vertraut beeindruckenden Persönlichkeiten oder hochgeachteten Gurus nicht blind, sondern prüft jedes Thema selbst. Wenn ihr wisst, dass etwas heilsam und nutzbringend ist, dann solltet ihr es akzeptieren und in die Praxis umsetzen. Letztlich sollten seine Anhänger sogar seine Lehren beiseite schieben, sobald sie ihren Zweck erfüllt hatten. Seht den Dharma wie ein Floß, sagte Buddha. Ihr nutzt es, um über den Fluss zu kommen. Aber wenn ihr sicher am anderen Ufer angekommen seid, lasst ihr es dort liegen. Ihr Wenn ihr das Nirvana erreicht habt, wofür braucht ihr das Floß dann noch? Buddha war vor allem ein pragmatischer Mensch. Ich lehre nur etwas über das Leiden und über das Ende des Leidens, sagte er häufig. Er lehnte es ab, sich auf spekulative Debatten einzulassen. Solche Diskussionen forderten nach seiner Auffassung das Erwachen nicht. Dabei kannte er die Antworten auf metaphysische Fragen. Einmal schnappte er sich eine Handvoll Blätter und sagte zu einigen Mönchen, dass seine Lehren der Anzahl der Blätter in seiner Hand entsprachen. Doch in Wirklichkeit entsprach sein Wissen der riesigen Anzahl der Blätter des gesamten Waldes. Trotzdem fiel es manchen Menschen schwer zu begreifen, welche tiefe Weisheit sich hinter seinem Unwillen zu Philosophieren verbarg. In einem berühmten Gespräch weigerte sich ein Mann namens Malunkia Puta ein Mönch zu werden, es sei denn, Buddha würde seine Position zu bestimmten Themen darlegen, wie etwa der Frage Ist der Kosmos unendlich? Buddha zufolge war Malunkia Pata wie jemand, der von einem vergifteten Pfeil verwundet worden war, ihn entfernen ließ, bis er herausgefunden hatte, von welchem Bogen er abgeschossen und mit welchem Gift er getränkt worden war, wie der Bogenschutze hieß und in welchem Dorf er wohnte. Doch metaphysische Ansichten könnten, so Buddha, das Leid nicht beenden. Buddha gestaltete seine Lehren so, dass Menschen jeden Bewusstseins Standes davon profitierten. Er verglich den Dharma mit dem Regen, der auf das Gras und die Bäume fällt. Der Regen ist immer derselbe, aber jede Pflanze nimmt nur die Menge auf, die sie für ihr Wachstum benötigt. Er setzte stets gezielt die Mittel ein, die dem Einzelnen halfen, zu erwachen. Einmal erzählte er zum Beispiel die Parabel von einem reichen Mann, dessen Haus in Flammen stand. Seine Kinder waren sich der Gefahr nicht bewusst, sie spielten unbeirrt im Inneren des Hauses weiter und weigerten sich, es zu verlassen. Schließlich lockte der Vater sie mit dem Versprechen in Sicherheit, dass sie draußen wunderbares Spielzeug erwartete. Upaya Kosalya, der Einsatz geschickter Mittel, wurde später ein wichtiges Element im Mahayana-Buddhismus, dem zweiten In Gangsätzen des Rades des Dharma. Nach Buddhas Tod breitete der Buddhismus sich südlich nach Sri Lanka und in andere Teile Südasiens aus. Als dann die Mahayana-Lehren, das große Fahrzeug, entstanden, wanderte der Buddhismus nach Ostasien und zum Himalaya im Norden. Heute wird die südliche Schule durch den Theravada-Buddhismus repräsentiert, die Lehren der Älteren. Während die Mahayana-Tradition vorwiegend durch Chan, Zen-Buddhismus und den tibetischen Buddhismus beziehungsweise den Vajrayana repräsentiert wird. Die Vajrayana-Tradition entwickelte sich aus dem indischen Tantra, einer mystischen Verschmelzung hinduistischer und buddhistischer Glaubensvorstellungen. Der Vajrayana wird manchmal als die das dritte In-Gang-Sätzen des Rades des Dharma bezeichnet und entstand vorwiegend im Himalaya-Gebiet und in der Mongolei. Diese drei buddhistischen Traditionen werden heute auch im Westen praktiziert.